1. Tut nichts, was ich nicht auftun würde. Ich denk mal, hier zocken die wahrscheinlich schon ein bisschen anders, als das, was ich aus Bronze 5 gewohnt bin, oder? Aber erst Level 4 gewohnt. Nee, siehst du? Genau das Gleiche. Okay. Er ist mit Regenbatscher gesteckt. Weiß nicht genau wie schlimm... oh fuck, oh fuck. Mein Q-Bing ist auch so richtig. Ich glaube mal Garnis kann richtig furchtbar werden. Aber vielleicht kriegen wir ihn auch gekillt. So kann ich sagen, ich glaube er weiß, was er tun muss. Wenn wir ihn taunten und zum Schweigen bringen, dann haben wir gute Chance den rauszunehmen. Ja, den sprengt er schön in mich rein. Ich geh mit in. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Das da aus der Butcher kommt nach unten. Hm. Ich fühle mich gestärkt. So, mal ein bisschen Mana und dann... In Ordnung. Eure Furcht verrät euch. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Es ist gut, dass die Butcher gepickt haben. Mhm. Das ist echt gut. Ich counter den, glaube ich, schon ganz gut. Junkie macht unten das Kämpferlein. Okay, Sport ist fertig. Wie ihr wünscht. Laufen wir ja ein bisschen vor. Ja, dann können wir runtergehen. Vielleicht kriegen wir was. Dann versuchen wir mal unser Glück, was? Die Schweine werden bald aktiv sein. Bereitet euch auf das Schlachtfest vor. Oh, hier ist Morales. Hier ist Morales. Hier ist Putscherina. Eure Furcht verlegt euch. Äh, hast du ein Taunt für Morales? Ja, 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 ja. Vorwärts. Vorwärts. Aktiviert den Schrein. Und vermächtet seine Wächter. Der Bestrafer wird den... Oh, die sind beide so low. Egal, die kriegen wir noch. Die kriegen wir noch. Hauptsache, Waller kann ich nicht ficken nebenbei. Ja. Ich mach Backport und dann geh ich nach oben. Oh, ich glaub ich dir auch mal immer. Der Mana Missbrauch mit Waller ist zu groß. Und dann wird das Mitte und stirbt er jetzt? Ne. Na, sie sabotiert. Ein kluger Schachzug. Ich mache mich auf den Weg. Haltet euch nicht. Die kommen jetzt alle hochrotiert. Achtung. Ja. Wir haben die schon mal Heldpapier gemacht. Besser. Ich werd ne Torn aber auch ein bisschen aufspannen müssen. Einfach, damit der Wutscher nicht reinkommen kann. Uuuu. Oh, schön. Sehr dankig. Ich fühle mich gestoppt. Uuuu. Das war zu gmini, sorry. Da hätten wir einfach weg bleiben müssen. Ja. Abgehen müssen. Fuck. Deiner Fehler. Ja. Dann fangen wir von vorne an. Ja, das Problem ist, hat die lieben Mengen gut Schaden rausknallt, ne? Hm. Wir haben 35 Dinger, die können da rein. Nice. Der macht das doch alleine schon. 35 haben wir. Die rein über Seite. Ich nutze halt den Malgarnis Stun. Wenn ich das andere Stunne, dann macht man gar nichts. Morales? Fokus. Sooo. Der ist schön. Der ist schön. Die Ming, die Ming ist denn, die Ming ist denn, die Ming ist denn. Oh, nice. Oh, das war wichtig. Jetzt. Euer Blutrausch ist vorbei. Oh, der ist der Ase. ja lasst man nächstes mal noch mal verloren da kann man rein noch kein silence jetzt wir sollen runter kommt sprachen bis sie mal die mussten nicht mehr dann erneut weiter die manchen ihr hart kämpfen nach dem lieben ist mitte weise bitte Du kannst da Damage reinbraten, wie du willst, ne? Du moralisch hält das einfach alles gegen. Die haben dem Blocker doch gar 3000 Schaden gegeben, oder was? Fuck! Ich muss da raus. Jetzt kriegt die Deming mich noch. Ich fühle mich gestärkt. Oh, ja. Oh, ja. Der Doppelfeil ist so. Der ist so ulkran. Okay, da ist doch ein dicker fetter Butcher. Das Camp links hier erscheint in ca. 15 Sekunden. Oh, hier, der ist gesloten, äh, die... In vier Sekunden habe ich nochmal einen Slow. Also dranbleiben. Oh, naja, 10, 10, 10, wenn man noch... Wo habt ihr gelernt? Da lacht ich ja einfach mal über die Tower. Die ist durchaus noch nicht drin. Oh, ich hatte keinen Kommen. Achtung, der Malgan ist in der Weltland. Oh, gut gemacht, Pfeiler. Genug, dein Blutrausch ist vorbei. Wir haben aber Glück. Ich glaube, die Blaine... Die... Die... Die Ming spielt diese Bubble-Kacke. Und die ist gar nicht so geil auf der Map hier. Ich glaube, jetzt sind die gerade so am stärksten mit der Combo. Mit, äh... Wenn Waller ihr Doppelpfeiler hat und die Gegner haben noch keine krassen Fähigkeiten... Halt 1, ist das geslouet? Ja. Und das ist eigentlich raus, auf jeden Fall. Halt euch nicht zurück! Oh, der Butcher will nicht. Wir kriegen den Butcher aber. Ja, ja schon. Nicht chasen, nicht chasen, nicht chasen! Ja, alles. Die Ming, halt uns sonst ab. Oh, kapital an meiner Hon, tut mein Schmerz. Chaos! Ohne Hilfe! Unten habe ich noch das Camp gestartet. Sehr gut. Wir haben einen Eisbestraffer unserem Willen im Besuch. Ach, ne, gar nicht den Camp? Ja, wir können die Käse, umitல! Ja, ritter schnell. Wir haben gerade schon die Moranis von. Wir haben gerade schon die Moranis verpasst, ja. Komm, lass mal überlaufen jetzt. Jo. ist die morale ist immer noch da ist so heiß wir können auch nur den turm erstmal holen machen dann mit dem nächsten ja ich hab grad cool down scheiße vorwerden sie schmerzlich vermessen auf wiedersehen da kommt nicht noch mal ein jumpy ich fühle mich gestärkt und mit wechseln ich hab die tor und ich hab die tor und wenn der untersteuert kommt ich bin da sie gut an und stehen und wir können bleiben die klinik ich gebe euch doch mal fähigkeitsstärke 20 prozent und und so gut Ich habe den Eindruck, eure Feinde wissen nicht wirklich, was sie tun. Ich krieg das mal rein, Mann. Ich würde mal immer backgehen für Mana. Die sind so greedy. Okay, wir sind zu zweit. Die sind so, das ist halt so geil hier in Bronze. Weißt du? Die sterben gegen Thornwagren und dann stellen sie sich zum Deffen halt hier hin. Das ist so gut, ey. Wir hätten die nochmal so holen können. Dann wollen wir hier einmal dat campen, ne, oder? Ähm, wie bitte, dat campen? Ja, ich komme gleich hin. Also, oder wir heilen dich, oder keine Ahnung. Ne, wir sollten dann aber danach noch schnell fighten. Bevor die 16 werden. Okay, Mitte, 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 Mitte. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Bitte, 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 bitte. Ein Held wurde getötet. Sehr schön. Okay, Botland, 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 Botland. Na, Sibu geht auch nicht weg, ne? Er will auch nicht weggehen. Ne, ne, er muss ja verteidigen. Und noch eine Leiche im Nexus. Der hat eine Klappe 10, Alter! Er hat noch keinen taunt. Ich breche auf. Im Schrei sammelt sich Energie ab. Macht sie uns zunutze. Wir haben Feindkontakt. Ja, Botkamp. Nicht mal weg. Der ist eine Minute tot. Eigentlich müssten wir zum Deck das abheben, ne? Aber lass uns mal ein Wohnen. Oh ja, kommt hier die Marganis. Links, links, links. Da ist noch mehr dabei. Von oben kommt der Nahrung. Kommt der Nahrung unter uns. Und der Nahrung ist hinter uns. Den holen wir uns jetzt. Wann unter den Marganis? Weil wir jetzt überleben. Jetzt nur überleben. Perfekt. Oh, 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 4 gegen 4. Junkie macht Camping. Das Feuer wird euch leiten! Warte, ich selbst hier gleich mein Ding schreibe? Hier, da ist er. Ich würde einfach rutschen. Und lass mal nach oben laufen. Und Rutsche anfangen. Er kommt jetzt hier gleich runtergelaufen. Wo ist er? Der hat nicht auf die Minimap geachtet. Die Bronze, die haben keine Minimap. Das war auch gemein gerade von uns, ja. Also. Ich bin unterwegs. Ja, gut. Ich habe das Camp noch gestartet. Ah, die sind auch am Hardcamp dran. Vielleicht gehen wir da hin lieber. Hannover? Ich bin unterwegs. Mit dem Spann. Ne, man kann nicht. Man kann nicht verkämpfen. Achso. Ja, ist einer der wenigen Webs anstehen. Eine Flammengeist. Nehmer mehr. Okay, hallo. Vollswillig. Halt euch nicht zurück. Halt euch nicht zurück. Mach mich nicht nur hin. Da hab ich nicht. ich fühle mich gestärkt ich mag euch mit euch wird es nicht so schnell das habe ich falsch eingestellt wo habt ihr gelernt so zu töten gibt es eigentlich mehr wenn du bist natürlich klar das pusht muss dann noch ein paar mal nachfragen weil sie hat früher immer nur panzer ungenommen und nehmen jetzt immer nur noch fähigkeitsstärke weil das halt den heiler pusht ja und waller pusht also das werden verstärkt also von euch beiden wenn die qs verstärkt also heilung ist ja eine fähigkeit und die wird dadurch natürlich verstärkt ja das ist geil und wenn dieses totem am ende level 20 wir kriegen dadurch alle schnellere lebensregeneration und alle heileffekte werden um 50 prozent logisch verstärkt ja das trägt sich auf alle heilungen außen also auch meine heilung ja genau und also das ist ja nur für für euch und die heilung wird verstärkt und die fähigkeitsstärke wird um 20 prozent verstärkt also ja das ist schon das steckt ja dann auch noch mal miteinander was schon nice ja